Ich hab das noch nie von dem Typen gehört. Ich chill' hier eigentlich. Ach, ich muss das Ding ja erstmal ausheben. Ach, der stressige Teil kommt. Fuck. Und weiter. Na, dann soll ich erstmal das Burgfräulein da wegmachen? Ne, ich mach das jetzt von der anderen Seite. Kommt mal alle her. Dann werdet ihr dabei mal bitte nicht abgeknallt. Geht da hin. Ja, geht auch da hin. Den ganzen Weg? Ja, den ganzen Weg. Und weh, einer von euch kommt zu spät. Oh, f***t euch doch, ey. Warum seid ihr auch so inkompetent und kacke? Ohne Witz, ja, jetzt gehen schon die ersten von euch drauf. Und das ist nicht meine Schuld. Hallo, lauft auch mal bitte da unten hin. Natürlich. Ach, natürlich. Das bleibt am besten auch da stehen, ne? Alles klar. Rücken aus. Die, 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 die Ihr macht das da auch aus. Ihr macht das da auch aus. Ihr geht allgemein hier hin und macht das da hin. Ihr geht auch allgemein da hin. Und ihr geht auch allgemein da hin. Ja, in den Schlamm. Ich weiß, dass deine Stiefel undicht sind. Wie tief ist es? Ja, bitte. In den Schlamm. Ihr könnt auf uns zählen. Nasse Angelegenheit. Wohin gehen wir? Meine Stiefel sind undicht. Allzeit bereit. Wie tief ist es? Nennt euren Grundschlamm. Ach, geht da mal bitte durch. Geht, buddelt. Ohne Spaß, buddelt. Was macht ihr da? Buddelt. Buddelt. Hallo, buddelt. Buddelt. Nein, buddelt da. Alter, wie behindert ihr seid, ne? Ihr verpisst euch schon mal. Könnt ihr, könnt ihr die Mauer angreifen? Könnt ihr? Wenn ihr das nicht könnt, ne? Alter, ich schlauge euch so sehr. Wo ist denn meine Tunnelbauer? Da ist meine Tunnelbauer. Ah doch, können sie. Warum da auch nicht? Ich verstehe das ja aber nicht. Hä? Warum ist der so nah dafür sein? Hier passt das doch auch. Geh mal. Ach. Oh, man. Ficken, ey. Ohne Spaß. Ich reiß da jetzt einfach die Mauer ein. Kein Bock mehr. Ne, könnt ihr auch nicht machen, weil ich nicht an die Mauer rankomme. Das wird aufgegeben. Nicht mal neu starten. Ne. Go, go. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, womit du dienen kannst. Wie tief ist es? Versuch das mal. Einfach mal, wie das Spiel vorgibt. Mal gucken, was passiert. Nennt euren Wunsch. In den Schlamm. Ne, es wird nichts. Es wird auf keinen Fall was. Wie kann der fast ohne Schaden rauskommen? Ne. So, wie ich spiele vorgibt? Ne, ich muss ja wirklich nach und nach auf eine Stelle schicken. Null. Auf, was hat das hingeschossen? Mission Neustarten, yo. Erkämpft euch einen Weg durch die Heimat des Schweins und flüchtet in das Fädenland jenseits davon. Ihr müsst entschieden und schnell vorgehen, bevor das Schwein mit seiner Hauptstreit macht. Ja, ist doch egal. Ich sitze aber Tunnel am Sturm. Mit einem Rambock. Entsendet die Garnison und verbergt euch im dahinterlieben Seele. Ich glaube nicht, wo die drei Garnison in der Hunde sind. Boah, was. Aufgabe, ja, Aufgabe, weiß ich, Hilfe. An der Weg, Sturm, Becker. Aber robust und könnten Tauerser zu stürmen. Sie sind da genug herankommen. Eignen sich auch gegen Burgmauern und Türme. Die eignen sich auch gegen Burgmauern und Türme. Ja, aber gegen Burgmauern habe ich auch die Dinger eigentlich. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Okay, versuchen wir das nochmal. Ich muss auf jeden Fall immer wieder dahin schicken, weil sonst werde ich einfach wahnsinnig. euren Wunsch. Wie tief ist es? Ja, bitte. In den Schlamm? Ihr könnt auf uns zählen. Nasse Angelegenheit. Wohin gehen wir? Meine Stiefel sind undicht. Allzeit bereit. Womit kann ich die in den Graben? Wie tief ist es? Wenn einer hinten stehen bleibt mir, dann tötet ich euch. Nein, ihr Woddel da. Nein, ihr Woddel da. Nein, ihr Woddel da. Nein. 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 Okay. Keiner. Ah, hier sind ja noch ein paar. Ganz vergessen. Nein. Wir rücken aus. Was? Neu kamen schon, die einen Dinger, oder? Kamen die schon? Ach die stehen da jetzt, fuck, die stehen jetzt vor, weil das Ding so war. Fuck, 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 egal. Toll, aber was geht so? Warum haben die hinten so eine große Reichweite und da hinten nicht? Welch ein schlechter Scherz. Ich verpolpere jetzt einfach mal alle, weil ich sie witzig finde. Nein, geht das nicht? Ah, da geht das aber wieder. Oh lol, Alter. Und da ab ins Loch. Oh ja, jetzt werden wir uns in Kommen. Ab ins Dunkel. Warte, kurz Pause. So, das ist ein Business und so. So, ein Business. No, lol. Lol, erstmal das Mikro runterklappen. So, Business vollbracht und wir sind wieder voll dabei. Ah, lol. Erstmal rübsen, jede halbe Stunde ein. Ähm, wieder aufnehmen. Wir hätten die Tunneldinger hier. Ne? Wie waren das jetzt? Zehn war das, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Leider nicht so symmetrisch, wie ich sie gerne gesetzt hätte, aber naja. Jetzt haben wir auch die Antwort auf diese hier. Die bleiben also stehen, wenn das zu ist. Das ist kacke eigentlich. Wapp. 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 Der ist jetzt auf jeden Fall schon mal auf der Erde. Also, wenn die Lücke jetzt nicht groß genug ist, weiß ich auch nicht. Komm, geht der jetzt auf einen Tower oder so? Lol, komisch. Was der hier macht? Okay, jetzt sind alle vollbracht. Okay, ihr kommt hierhin, ihr kommt dahin, ihr kommt. Ja, ihr kommt dahin, die schicke ich auf jeden Fall vor, weil das ist eigentlich Kanonenfutter. Die schicke ich auf jeden Fall auf den rechten Turm. Dann schicke ich die auf den linken und auf den rechten. Die schicke ich dann auch auf die Türme. Aber erst schicke ich die los. Wir machen jetzt einfach viel speichern hier, weil ich hab keinen Bock jedes Mal den Anfang nochmal neu zu machen. Vorbereitet eins. Mal gucken, vielleicht machen wir noch eine andere Vorbereitung. Okay. Nein, 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 geht er wieder rein, geht er wieder rein, geht er wieder rein. Was soll konstruiert werden? Was wünscht ihr? Fuck, geht er rein, fuck, geht er rein, fuck, geht er rein. Auf dem Weg. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Ah, ja, ah lol, okay, laden. Vorbereitet eins, laden. Lol, da müssen wir sagen, so bin laden. Okay, du. Ich hab jeden Fall auf das Tor. Jeder hat das linke Ding, weil's am nächsten ist. Okay, euch lass ich dieses Mal schon, also dich lass ich dieses Mal schon mal ein bisschen vorgehen, weil du gehst nicht allzu schnell kaputt. Stimmt doch, ne? Ja, okay. Jetzt geht hier hoch. Ihr geht da hoch. Eine Hälfte von euch geht da hoch. Jetzt geht ihr... Ne, ihr geht da hoch. Genau. Ihr geht da hoch. Ja. Ja. Ja.